Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich habe gerade so das unbestimmte Gefühl, dass ich mir in der letzten Folge... Ach ja, es hat gestoppt, ja. Dass ich mir in der letzten Folge die Drecksarbeit überlassen habe. Hä? So läuft das immer. Oh Mann. Was mache ich jetzt? Ich komme doch nie wieder zurück. Ich frage mich, wieso ich das mit dem Fackel nicht gemacht habe. Ich bin so doof. Also manchmal echt, manchmal... Ich laufe jetzt wieder nach Hause zurück. Also echt, ich... Ich stehe bei mir selber immer... Es sind einfach Sachen, die hinterher so logisch sind, aber wo man im Moment nicht dran denkt. Und das ist das Ärgerliche. Was meint ihr, wo wir herkommen? Ich tippe von da hinten. Oh Mann. Ich freue mich. Ich bin nicht genervt. Nein. Ich bin da nie wieder zurück. Hühnchen! Sind das die Hühnchen, die mir keine Hühnereier geben? Ich hasse dieses Hühnerpack-Gesindel. Das gibt's nicht. Na? Legst du wohl ein Ei? Ich beim besten Willen, wenn ich nicht irgendwie bis zur nächsten Aufnahmesession ein Hühnerei habe, aus dem was Gescheites rausschlüpft. Ne? Ich tiete. Ich tiete eiskalt. Das ist mir scheißegal. Hallo Hund. Habe ich genug. Weil ich bin zu Hause. Hey. Ich bin so orientierungslos, also wirklich so, dass ich keinen Plan habe, wo ich eigentlich langen muss, sollte. Wollte. Ist scheiße, wenn man sich halt den Scheiß irgendwie auf später verschiebt und dann nachher nicht mal mehr Plan hat, wo man überhaupt schon war. Und wo man dann eventuell noch hin sollte. Kommen könnte. Hallo Lava. Lava? Ne, Fackel. Ist nicht wahr. Boah. Alter. Ich raff's nicht. Ist nicht wahr, Alter. Ist nicht wahr. Das ist doch... Wieso laufe ich überhaupt im Kreis? Das ist doch nicht normal. Alter. Das tut weh. Boah. Wie ich mich manchmal einfach nur selber hasse. Das ist unglaublich. Wenn ich jetzt auch noch auf das Dorf treffe und dann nicht wieder zurückfinde, ja, dann freue ich mich richtig. Ich freue mich dann sowas von dermaßen, dass meine Freude kaum zu bändigen ist. Wieso ist hier eigentlich immer alles dasselbe? Ich dachte, mein Kopf wäre groß. Ich dachte, ich hätte alles verloren. Und jetzt habe ich wahrscheinlich wirklich alles verloren. Ach, Mann, ich bin mal nicht mehr zurück. Vielleicht sollte ich einfach nur geradeaus laufen. Und dann irgendwann habe ich die Welt einmal umrundet. Und irgendwann werde ich mein Haus wiederfinden. Wenn es allerdings irgendwie links oder rechts ist, ist es nur gelaufen. Das geht nicht so. Das geht nicht so. Das ist Pfi. Wieso? Wieso habe ich das Gefühl, dass nur ich damit Probleme habe? Das gibt es nicht. Das tut ja weh. Das tut auch mir weh. Nicht nur euch. Das ist wirklich schlimm. Ist das ein Sumpf? Ist das ein Sumpf? Ne, jetzt bin ich schon fast wieder am... Hä? Ich lache, wenn wir jetzt irgendwie wieder... Wir sind beim Dorf, oder? Ich würde fast sagen, wir sind da, wo das Dorf war. Dann wäre zumindest Mission erfüllt. Ob ich dann eigentlich wieder zurückkomme, ist die Frage, ne? Das wäre dann die nächste Frage. Und die Antwort will ich nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Warum soll ich sogar nicht hier sein? Ich brauche eine Brille, ganz ehrlich. Ich glaube, ich brauche wirklich eine Brille. Ich sehe nichts, was hier ein bisschen weiter weg ist. Oder ich muss die Sichtweite schärfer einstellen. Weil man die Sichtweite schärfer einstellen kann. Egal. Egal. Ja, ja, ja. Ich bin zu Hause. Aber das Dorf haben wir nicht. Alter, ist das alles verworren. Ich... Ich kriege echt... Das... Das geht so nicht. Ich habe gerade Angst gehabt, dass ich nie wieder zurückkönne finde. Und da hatte gerade die Hoffnung, dass ich das Dorf finde. Und was habe ich? Wieder andersrum. Ja, das... Das überlebe ich nicht lange. Da gehe ich irgendwann drauf. Ich wollte gerade fragen, wo die ganzen Bäume herkommen. Aber... Die Frage hat sich gerade mit etwas Gehirnanwendungen erledigt. Das liegt so an mir, finde ich gerade die... Ich habe gerade keinen Plan mehr, wo die Kuppel eigentlich ist. Oh, Mann. Ich gehe jetzt da rüber. Und dann durch den Gang. Und dann bin ich wieder zu Hause. In der Hoffnung, dass da nicht irgendeinen... Stolleneinbruch irgendwas verschüttet hat. Sekunde, ich habe einen Sound aus. Den mache ich mal schnell wieder an. Aber nicht zu laut. Einfach nur, weil es hier gerade zu still war. Das können wir ja nicht so im Raum stehen lassen. Gut, wir sind jetzt immer noch bei der Sache, dass wir ein verdammtes Dorf brauchen. Erstmal mache ich mir so ein Dutzend Fackeln oder wahrscheinlich auch fünf Dutzend oder mehr. Und dann gucke ich mal... Dass ich hier irgendwie nochmal rausgehe und diesmal meinen Weg mit Fackeln stecke. Das ist schon manchmal so doof. Also für mein Niveau reicht das dann. Muss reichen. Also sollte. Wenn das nicht hilft, dann weiß ich auch nicht weiter. Wahrscheinlich werden mich dann die Fackeln, die ich schon vor... Vor dieser Tour dann gestellt hatte... Äh... Verwirren. Und dann werde ich nicht mehr zurückfinden. Weil ich mich dann wahrscheinlich bis zur... Bis zum Landhäusel da zurückarbeite. Ja. So wird das sein. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich versuche wirklich gerade mein Gehirn zu benutzen. Ich merke, dass ich daran scheitere. Dass ich daran scheitern werde. Mit Holz haben wir es irgendwie nicht so gut. Oder habe ich noch irgendwo irgendwelche geheimen Vorräten, von denen ich nicht weiß? Knochen. Ich nehme mal Knochen mit, falls ich einen Hund finde. Wahrscheinlich verliere ich sie. Mal abgesehen davon, dass unser Hund hier unten absaufen würde. Dann muss ich immer durch den Tunnel gehen. Das Leben ist schön. Und warum ist das? Oh Mann. Ich sehe nichts. Finde ich gut. Warum solltetwas auch nicht rumbacken? So, jetzt haben wir zumindest drei, fast drei Stacks Fackeln. Finde ich gut. Ach ja. Ich, wo ich gerade mal dabei bin, will ich noch was machen. Ups. Wird so seine Zeit dauern? Ich bin dann schließlich die Jene, die das ausführt. Soll ich, dass sie durch Pflastersteine oder durch Normalensteine setzen? Das ist jetzt hier die Frage. Ich würde sagen, dass wir noch was da unten haben. Ich würde bezweifeln, dass wir nichts haben sollen. Oh Mann. Heute ist aber auch der Boden drin. Mein Leben ist, ja, lebensfreudig und lebenswert vor allem. Ich meine, worüber soll ich mich beklagen? Über meine Dummheit? Da kann nur ich was für. So. Jetzt haben wir es. Hoffe ich. Und dann würde ich jetzt dich noch mal wagen, dass wir dich mal nach draußen gehen und nicht alles versauen. Ein bisschen, aber nicht alles. Ich gehe jetzt zurück und dann ziehe ich mich einfach los. Ich brauche Karotten. Ich will nicht noch mal cheaten. Ich bereue es hinterher immer selber. Also cheate ich nicht. Ja, ich lasse es einfach. Ich meine, ich kann auch noch 30 Folgen cheaten. Cheaten läuft mir ja nicht weg. Ist ja nichts, was ich jetzt mit meinem ewig Gesterbe verlieren könnte. So eine Cheat-Kugel oder so. So eine Kugel, die man aktivieren muss und dann hat man ein Cheat-Fenster runtergemacht. Das nehmen und dann wieder weg. Das ist irgendwie crap. Das... Es kommt von mir. Das ist... Erklärung genug. Ich gehe dann nachts zurück, weil dann sieht man die Fackeln besser. Wäre ich Überraschung. Ich werde jetzt auch nicht in irgendwelche Höhlen gehen. Es sei denn, es gibt unterirdische Dörfer, aber da ist mir noch keins begegnet. Es gibt Dörfer im Wasser oder in der Wasserwelt mit Gebäuden erstellt. Aber das habe ich in dem Fall nicht getan, wie man es vielleicht undeutlich erkennen kann. So... 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 Hühner, 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 Hühner. Nein. Ich bleibe jetzt hier bis hier irgendjemand ein Ei liegt. Das sind jetzt sogar relativ viele Hühner. Ich weigere nicht weiterzugehen, ehe es hier irgendwo Applopp macht. Hühner stecken mich an. Ich kann es nicht ändern. Eier legen, Eier legen, Eier legen, Eier legen. Schneller, 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 schneller. Schneller, schneller, schneller. Motorhuhn. Oh Mann. Nervt das? Meine Familie nervt's. Jetzt müsst ihr auch noch dran glauben. Ja, ich bin schon fies.